Hallo meine Lieben, wir starten heute unsere 2017 Squat Challenge. Wir steigern uns jetzt jeden Tag von 30 auf 40, auf 50, auf 60, dann machen wir einen Tag Pause, dann geht es weiter mit 70 Squats, 80 Squats, 90 Squats, einen Tag Pause und dann geht das so weiter. Das Ganze machen wir 30 Tage lang. Was ist der Vorteil von den Squats? Ganz einfach, ihr ersetzt ein ganzes Fitnessstudio fast damit. Also ihr trainiert die komplette Beinvorderseite, den Quadrizeps. Das sind vier große Muskelstränge auf der Beinvorderseite. Dann die ischoporale Muskulatur, das ist die Beinrückseite komplett. Ihr trainiert euer Butt, ihr trainiert die Wagen und dadurch, dass ihr euch ständig ausbalancieren müsst und den Bauch feste anspannt, trainiert ihr auch automatisch Bauch und Rücken mit. Wer möchte und wer total mutig ist, der darf gerne noch zwei Kurzhandeln dazu nehmen. Ansonsten heißt es jetzt einfach nur, Don't sit, get fit. Bist du soweit? Alles klar, es geht los. 30 Stück heute, Tag 1. Come on. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die letzte Luzel, vamos. Und die letzte Luzel, wir sehen uns morgen wieder.